Musik Dann Sporta die 5, 6 Punkte, 4 zu 7, 4 Punkte, dann ESK 2 Vierter, da die 4 zu 8, 6 Punkte. Dritter ist dann Gösting, so Differenz 6 zu 5, 6 Punkte, 1, 2, das werden wir sehen, aber wie es derzeit ausschaut, 2, der Kindberg und 1, der höchsten Kölner. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Ja! Tja, Tja, Tja! Ja. Es ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Weiter geht's! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, das war die Bührung zum 4 zu 2 für Fürstenfeldtorschütze Ammermars. Die Rücken Nummer 7, Farbinko. Das ist der Weg für mich. Danke. Das tun wir mit dem Tag. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Wie lange ist, bis es aus ist? So lang bist du, muss du mal reinschockst. Welche lange dauert es? Auf. Wie lange dauert es nochmal? Kommst du? Eine. Papa zu! Nein, die andere von euch. Papa zu! Sieben. Die 5 zu 2 Führung. Fürstenfeld. 15 Sekunden vor Spielende. Dort schütte die Rückennummer 7. Und dann ist der Winkopf. Können Sie dann noch einmal. Das ist ein Sieg. i-i-i-i-i. Sieben. 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 Wir fangen an. Sieben. Sieben. Die 4 zu 1. Sieben. 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 Kommt! So, Spielende. Die Mannschaft kam. Epis-Campion gewinnt gegen Kinkberg mit 5-2. So, ich bitte noch alle Mannschaften und Trainer in die Halde zu kommen, damit wir in wenigen Minuten mit der Siegerehrung beginnen können.